20 Jahre, das macht ja auch manchmal... 3 Runden Maxi. Ja, 11 Uhr. 3, 6, 7, 9 Runden... Was? Was für mich aber auch... 3 Runden kannst du maximal 3 Runden machen, ans 11 Uhr, weil wenn du wieder eine 4. machst... ...weil nach 12, kannst du vergessen. Oh, jetzt verliere ich so oft... Ach so, Johanne? Ja? Ich kann jetzt den Planen im Internet ändern und so weiter, also wenn du da was auf dem Internet sagst. Ach so. Das hat Jens jetzt umgebaut, jetzt kann ich das auch. Ach ja? Weil du ja gesagt hast, für nächstes Jahr wird das also schon mal, ja, wenn wir so machen, dann kannst du mir den geben. Ja, ist ein Fortschritt. Dann kann ich den da schon mal einstellen. Ja, klar. Gut. Das stelle ich in den Film hinein. Ach, du warst also nicht auf dir. Kann man jetzt ganz so eine gute Idee. Das ist kein Vorderbauer, das ist eine Filmkamera. Ja, ja. Ach, das auch. Ja, ja. Da hab ich jetzt schon Foto von abgezogen. Ach so. Tappfoto. Toll. Wahnsinn. Wahnsinn. Da hatte ich Angst, waren wir mal mit meinen Geschwistern zu sehen. Ja, Johannes? Ja. Ausstrahl. Ja. Ausstrahl. Ja. 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 Oh, ja. 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 Bisschen mehr Drama. Ich habe mir überlegt, dass wir unser letztes Schachseminar mit Jan Hendrik zugrunde legen und dass da natürlich auch Sachen dran kommen, die da drangekommen sind. Also jeder, der regelmäßig da gewesen ist und aufgepasst hat, der hat vielleicht auch einen etwas besseren Chance. Also, es geht los mit dem sogenannten Smith-Moragamid. Das geht los mit D4, C5, dann kommt D4, CD, dann kommt C3, dann kommt DC3. Was natürlich den Vorteil hat, oder die Diskussion ist jetzt die, schwarz hat natürlich jetzt Einbau- und Materialvorteil und weiß hat natürlich die Alternative. Für die Alten muss man das bisschen langsamer halten. Also, wie viel hat die Künft? Wie viel nach? Die FP C5? Ja, ich fände es gerade weg. Und die FP C5? Ich fände es gerade weg. Er ist auf den Standen, habe ich hier zu weit weg. Ich fände in die Klänge nach, ob sie gehen, dann kommt C3. Ja, genau. Das geht jetzt nicht. Das weiß ich nicht. Das war schon ein Thema, das war schon mal ein Thema. Alles, das war nicht. Das war nicht. Ich fände es nicht.